Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bloody Platin. Wir sind hier in der Nähe von Elysis genau und wir gehen jetzt nach Elysis in Elysis, denn hier können wir unsere Pokémon heilen und hier sollte die alte Dame sein, der wir das Amulett, nein, den Talisman geben sollen, genau den Talisman. So, hier raus und ja, hier ist auch schon die Dame, aber sie sagt zuerst, dass da irgend so ein seltsamer Typ vor den Ruinen ist und wir sollten mal schauen, wer der Typ ist halt. Hier bekommen wir eine Analog-Uhr für unseren Poké-Tech, genau und ihr seht das sowieso nicht, dazu zeige ich es auch gar nicht. Oh, hier können wir Tränke kaufen. Kaufen wir doch gleich mal so 30 Kübel Tränke, 30 Beleber, 30 Gegengift, 30 Paraheiler, 15 Aufweckern, 20 Feuerheiler, ja, 5 Eisheiler und ja, machen wir so 20 Überheiler, so als kleiner, ähm, wie soll ich sagen, als kleine Sicherung oder so, keine Ahnung. Ja, 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 coole Legende und so, Selfie, Topsu und so, blablabla, keine Ahnung. Gut, hier ist auch nichts wirklich Spannendes, also gehen wir mal hier weiter. Wisst ihr, wir wollen ja nicht mal ihre Geschichten hören, die sie uns so zu verclicken haben, aber sie fangen einfach an. Blablabla, hier die Alka-Zeit und hier, äh, wie heisst der Palkia-Raum und Raum und Zeit dürfen nicht, ähm, müssen wir gleich mal in Puppen heilen. Egal, jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen diesen, ähm, Team Rocket-Rüppel dort, äh, Team Rocket, Team Galactic-Rüppel dort kämpfen. Alter, was machst du hier? Hau ab, das ist unsere Luine hier, wir werden hier die Pokémon stillen. Hey, Wolfs-Mann, Wolfs-Pokémon hier, das ist uns und wir machen, hier hast du Paras ins Gesicht. Hier bist du tot und ich bin paralysiert, yeah. Und ich mache weiter. Und ich mache noch weiter. Ah, und es klappt. Und ich mache noch weiter. Yeah, what the fuck. Kein einziger, okay, jetzt einer. Ein Parahax, Hex. Ja, gehe ich doch. Äh, hau ab, äh, ich gehe zu Mami weinen. Oh, danke, was du sein, Talisman von Cynthia. Danke, du bist sehr nett. Äh, geh mal in die Höhle rein und, äh, dort erzähle ich dir deine coole Geschichte. Zuerst holen wir uns hier diesen Drachenzahn. Und jetzt, ähm, ins Poké-Center, denn hier gehen wir Puppen heilen. Ich glaube, jetzt müssen wir noch gegen, äh, irgendjemanden kämpfen. Aber gehen wir mal rein, um zu wissen, ob wir kämpfen müssen. So, hier, Moment. Ho, ich habe Poké-Radar. Bim, 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 bim. Hier hat es nichts. Hier. Bim, bim. Nein, natürlich auch nichts. Gut. Ja, Mech hat am wenigsten Level, also kannst du als erstes bleiben. Ja, hier so drei Pokémon, sie beschützen Raum und Zeit, gehalten in Gefangenschaft. Ne, nicht Raum und Zeit, sondern legendären Drachen. So, hallo, ich bin Cyrus. Ey, ihr habt meinen kleinen Bruder zerschlagen. Jetzt gibt's voll hier Familienfäde. Wir kommen hier und zerstören die ganze Stadt. Willst du das? Ja, ich will das. Okay, dann kämpfen wir zuerst einmal. Okay, und das ist ja so etwas wie ein Endkampf, also macht das in normaler Geschwindigkeit. Gut, oh. Ja, okay, Nahkampf ist auch gut. Nein, nein, ist sogar sehr gut, Nahkampf. Unsere Pokémon haben sogar ein höheres Level als teilweise meine. So, Ursaring wurde zerstört und wir halten einen Level-Up, beziehungsweise America-Held-Uns. So, Klammschäfte, da setzen wir natürlich Rammstein ein. Rammstein, Level-Tech. Irgendwie sah der Sprite von hinten, also von Elektrik viel guter aus als der von 11-Volt-Tech, aber naja, ist kaltgeschmacksam. Bäm, 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 wird es ein 1-K.O. Yes, nein. Nein, es hat überlebt mit einem, einem Mikro-HP. Es ist nicht mehr, nur ein Mikro-HP. So, Donnerblitz. Ja, ich dachte mir schon, dass es ein Puppen meint. Dann schauen wir mal, was mehr Schaden macht. Donnerblitz oder... Ähm... Ne, jetzt. Donnerschlag. Und, 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 und. Sehr gut. Donnerblitz macht ein bisschen mehr Schaden. Yeah. Gut, als nächstes kommt Pion, da setzen wir doch, ähm, Mecha ein. Moment. Ne. Ah, fuck, das Typ, das Teil ist ja gar nicht mehr, ist es Käfer? Also Gift ist es auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, auch Gift und Unlucht. Na, schauen wir mal. Ja, ist nicht Käfer. Aber es brennt, ha. Konfustrahl. Gut, ähm, mal schauen, ob es ihm gelingt. Ein bisschen Schaden zu fliegen mit dem Kupfustrahl, auf jeden Fall brennt das erste Mal. Und wir versuchen es mal mit Nahkampf. Sehr gut. Klapp. Und, 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 und. Ja, halt doch einiges weg jetzt. Giftzahn bitte vergift uns. Bitte. Sei so gnädig. Tu das nicht. Tu das nicht. Ich muss es ja unbedingt sagen. Und dann gleich, zack, vergiftet. So, wir werden wahrscheinlich sein Kupfustrahl und heilen. Was nicht? Okay, ja, egal. Dann ist es trotzdem besiegt. Mir eigentlich egal. So, wir bekommen ganz viele Erfahrungspunkte. Und, was ist dein letztes Kupfustrahl? Und, was ist das? Ninja Turm. Okay. Kein Problem. Dann kann ich mit leben. Ninja Turm. Diesmal hast du mich dazu gezwungen. Wozu habe ich dich gezwungen, du kleiner Idiot? Gut, ähm, ja. Ninja Turm. Schon, 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 gut. Versuch doch, ist hier ein bisschen zu stolzern, aber wird ihm nicht lange gelingen. Der hat nur ein HP und mein Lammrad ist sehr effektiv. Ähm, ähm, Fuchs. Ah, nee, nee, nee. Ich bin sehr witzig. Hehehe. Was ist Ninja Turm? Gut. Hier, nochmal. Schattenstoss. Oh, wenn es uns besiegt. Wenn es uns besiegt. Fuyu, Ninja Turm. Fuyu, Fuyu, Fuyu. Rampsteine rein. Und... Ah, Moment. Moment. Oh, was, Rampsteine? Setze Rampsteine ein. Ich habe ja noch ein viel gutes Poké, das... Ja, okay, gut, gut. Rampsteine uns besiegt. Aber das ist nicht so wichtig. X3. Bam, bam, bam. Los, X3. Knirscher. Ja, ist es. Knirscher. Sehr gut. Besiegt. Endgültig besiegt. Huah, ha, ha. Und wir hatten ganz wenige Erfahrungswerte. Beeindruckend. Dein Kampf ist bemerkenswert. Fokka gewinnt null. Superdusch. Elender Drexhund. Ah, Fokka, hallo. Warum wollen? Aha. Für hier hast du Fon3. Fon3 ist Surfer. Damit kannst du Gewässer überqueren. Willst du das? Nein, ich will das nicht. Okay, hier hast du es trotzdem. Hehehe. Und hau ab. Komm, besuch mich doch. Sind ja. Wie war hier alles in Ordnung? Nein, natürlich nicht. Es war eine Galaktikbombe, aber diese Gestalten. Ich dachte, die wären harmlos. Die komische Kleid, die Traten. Und die wilden Behauptungen zur Schaffung eines Sons und Meersums. Ha, 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 ha. Dankweilig. Blubberblah. Bibliothek in Flut, äh, Flethburg. Los, geht da, da, dahin. Okay. Wir gehen dahin. Wir gehen ja schon dahin. Wartet doch mal. Wir gehen ja dahin. Wartet, es muss Pokémon heilen. Das Wohnen meiner Pokémon ist mir sehr wichtig. Ja, sehr, sehr wichtig. Hier, gibt sie uns noch was. Los, gib uns noch was. Nein. Geizig alte Frau. Okay. Ähm, kann, äh, Dingens lernen. Fangen, fliegen. Einsetzen. Nein, Blinfo kann es nicht lernen. Super. Muss ich mir hier wohl ein, äh, Tau-Bussel zu fangen. Nein, kein Evo-Leap. Obwohl, das Evo-Leap besiege ich mal schnell. Juhu, Evo-Leap besiegt. Gut, ähm, ja, ich fang mir hier ein, off-screen ein, blammer, nein, ein, ähm, Flug-Pokémon. Und wir sehen uns im nächsten Park mit gehaltenem Pokémon mit deinem Flug-Pokémon. Also bis dann, Leute. Bis dann.